Voll die Siegessträhne. Wie viele Spiele in Folge waren das der Twins? Vier oder Fünf? Ich glaub das Fünfte vorhin. Krass. Short Dust wieder, okay. Ich fand jetzt Safe House aber am schwierigsten bis jetzt. Also das Spiel war einfach hart. Ich fand es schwieriger als vorhin das Dust Spiel. Ja, wobei Dust auch schon in kleinen Momenten eklisch war. Genau, Inferno war das Einfachste bis jetzt. Die Domino ist gerade eklig. Und so Spawn Trappen. Was ist das, dass die Step weggeht? Oh krass, krass, krass. Der eine hat mich aber gerade eben legendär weggeholt. Das war nicht normal. Hat er mich gehört? War der Klaus gestanden oder was? Okay, ich denke, der steht irgendwo hinter mir oder sowas. Der Elb Florenz. Ah ja, da hinten steht er. Okay, gut. Ich hatte schon, der steht irgendwo Right Side oder so und holt mich die ganze Zeit voll eklig. Pass mal auf, wir die gleich ficken. Weil ich die meinen gerade, sie können irgendwas. Ahahaha. Die können vielleicht ihre Mutter streicheln. T? Shishi? Hat er mich gerade kaputt gemacht? Oh, 51 in 4. Also okay. GG easy. Was machen wir? Boah, fuck, wir sind da bei T direkt. Ja, mit den Pistols würde ich sagen, wir gehen voll drauf, oder? Okay. Ich denke, der eine hat einen Tegel, der hat er vorhin, also eben im Warm-Up auch gehabt. Sowas zieht sich meist durch die Leute durch. Ich glaube, einer kommt durchs Loch direkt. Ja, ist da auch nicht geblendet. Der andere ist beim K, der andere ist beim K. Direkt geradeaus. Kommt rein, ich gehe außenrum. Der kommt, glaube ich, rein, Vorsicht. Komm, komm, komm. Nice. Jetzt sagen sie auf einmal nix mehr, ey. Oh shit, man. Ich glaube, das ändert sich gleich. Jetzt sind sie sauer. Richtig biestig. Sollen wir jetzt schon einfach langsam spielen? Ich würde jetzt outside gehen, hier rechts. Okay. Ich mache hier ein bisschen Krach. Okay. Geh wieder runter. Meist hier noch ne Smoke. Die hat gefällt. Ich bin auf dem Sniper-Spot. Ich bin outside. Ich habe sauviel Krach gemacht. Ich glaube nicht, dass die an outside jetzt denken. Vielleicht sind die noch bei sich am Spawn, ne? Ich sehe ja gar nichts. Die werden im langen Tunnel drin sein. Oder am Spot beide. Okay, ich molli in den langen Tunnel rein und gehe aber auch direkt von da ran. Oh Gott, ich habe mich getroffen. Molly ging daneben. Da ist der letzte. Nice. Voll durchgeschossen. Diese ganzen Utilities, die ich an den Spot geworfen habe, die hat die so fokussiert. Ja, geil, man. Optimal. Das war perfekt. Okay. Ich versuche outside noch kurz einen Kick zu machen. Ich versuche jetzt drauf zu gehen. Ja, eine outside hat mich direkt gesehen. Kick nicht mehr. Da hat er dich A gehittet. Auf 20 hat er mir gegeben. Okay. Ich flash long in gear, aber ich komme erst. Oh nice. Sag ich auch, dass ich auf Blatt gehen? Versuche ich halt outside für dich. Er muss irgendwo schon drin sein. Entweder langer Tunnel, ich sehe außen nichts. Langer Tunnel ist er ja. Ja, langer Tunnel, langer Tunnel. Ich molle auch langer Tunnel. Er ist schon glücklich in uns. Nice. Jawohl, mein Alter, wie wenn die kaputt machen, hier. So muss das laufen, verstehe ich mich gerade mal. Da sieht man mal, wenn nichts von den Teammates abhängt, wenn es keine Lieber gibt und was für sich was für ein Scheißdreck, dann läuft's. Dann läuft's. Dann sieht man halt mal, dass man halt Global Elite ist. Da weiß die Maus keinen Fahnen ab. Da ist einfach, da kannst du, ne? Und so weiter und so fort. Und vor allem gerade weil ich es gut mit der Meinung. Einer ist durch diesmal, auch keiner ist sonst vor dem Maus. Ich komm. Ich geh langer Gang gleich von hinten. Ich glaub, da ist noch einer. Irgendwann spot. Ich bin wackert. Er ist langer Gang gewesen. Bis dann. Das sind solche Waller, Cap, ey. Die Windstreak setzt sich fort. Na, wir haben uns vorgenommen, jetzt so lange zu spielen, bis wir verlieren. Und ja, das ist jetzt das sechste Spiel in Folge, das wir scheinbar gewinnen werden. Eben hatten wir eins, das schon fast die Wende gebracht hätte. Das ist ja wirklich krass. Nice, Mann. Ich bin outside durch. Oh, er ist neben mir. Ja, er ist, oh fuck, ich hab die Bombe gedroppt. Der ist, ja, du kriegst ihn von da, du kriegst ihn von da. Nice. Alter, der saß an diesem erhöhten Mauerstück und hat einfach gewartet, der Pisser. Das ist ein Arschloch, ey. Ich mach jetzt AWP. Jetzt kommst du outside-Piefen. Wir müssen diesen Pick-up crossen. Ja, das mach ich. Ich geh direkt unten lang. Ich hoffe, dass da keiner oben lang geht auf dem Sniperplatz. Sonst bin ich, glaub ich, nicht mehr. Ich hab nichts gesehen. Ich hab Schiss, weiterzugehen. Okay, warte mal einfach ab. Ich bin traumatisiert jetzt von da. Schrot gerade eben. Wobei, ich da auch... Ich molle da mal hin, ich molle da mal hin. Okay. Ich glaub, da ist keiner. Ich komm hier hoch. Nee, ich trau mich nicht. Ich geh outside. Und schau mal durch den Gang. Warte, welch ist ja einer close? Okay. So, pass auf. Ich flash hier. App-Kar gemacht. Utility ist geschmissen eben. Ich glaub, wir müssen jetzt ran. Ich guck gleich langen Gang. Oh, da ist einer links hochgeboostet. What the fuck? Direkt, wenn du auf den Spot zuschaust. Links von dir. Komplett... Also, der ist sehr close. Links auf diesen Kisten. Das könnten sogar schon die Kisten sein, die hier bei dir in der Nähe sind, ja. Da, da, da drauf. Fuck, den hätt ich verhaken müssen. Ich war net gescheit aufm Kopf drauf. Alter, was für Bastard. Okay, dann lass die Taktik jetzt direkt ändern und dran. Und rushen, oder? Ah, du hast die Taktik. Ja, passt schon. Ja, geht die outside. Ich geh mit der Umbauinspot. Und mit der Bombe. So, es stirbt einer in 3, 2, 1. Ich plant. Plant das raus. Nein, er ist da, wo du gesagt hast. Scheiße, der andere hat mich gefickt im langen Gang. Ja, das ist der Bastardplatz da oben. Oh Gott, jetzt haben sie eine Orb. Shit. Also, Scheiber können wir hier auf dem Speed Plant gehen. Wenn wir rechts den Gang smoken. Ich hol mal eine Smoke mit. Kaufst du einen für die Runde? Ja, ich hab einen Peace geholt. Okay, läuft. Weißt du, was wir machen? Sollen wir den langen Gang durchpushen, wie die Verrückten. Wir scheißen auf dem Plant. Okay. Und dann pushen wir outside. Wir pushen outside. Aber denk dann, das ist eine Orb. Weiter, weiter, weiter pushen. Ja, der ist da. Der ist an dieser Arschlochstelle. Okay, dann geh mit zurück. Nicht smoke und dann. Nice. Den Kill hab ich schon vor mir gesehen. Aber das war quasi unlogisch, dass wir da jetzt weiter pushen. Auf outside. Und das war wieder so strange. Das war die Silver-Taktik. T-sided. Da sollen sie mal abwarten. Okay. Ich würde jetzt nach links wieder gehen. Naked from behind. Dern. Ich gehe über links outside. Die sind hier. Kommen die hoch? On-Spot ist down. Nice. Wichser. Nice, dieser Wichser. Ich habe ihn jetzt. Ich gehe hier bei mir mal runter. Du hast ja On-Spot, ne? Ich habe On-Spot, ja. Was genau hast du jetzt? Hast du outside? Nee, ich gehe gerade diese Treppe runter. Von outside. Ja, er hat mich. Er ist on-Spot. Mit der Bombe. Oh, das war eine Drückung. Holla, die Waldfee. Schade, Mann. Krass, wenn du da hinten verkrieppelt. Soll ich noch ein Eko machen? Ja, schon OP 250. Ich habe die Fuel Skid dabei. Scheiße, Mann. Das hätten sie nicht holen dürfen, die Säcke. Komm, wir müssen jetzt, wir müssen rangehen. Wir pushen jetzt direkt. Wir rennen doch direkt durch. Ah, fuck. Sorry, ich bin hängen geblieben. Oh, Mann, warum bist du nicht down gegangen? Ich habe ihm 99 ein 3 gegeben. Was ist mit dem los? Jetzt. Scheiße. Okay, aber ein Eko-Frag. Das ist schon mal nicht schlecht. Okay, jetzt können wir kaufen. Ja, bei MPs, oder? Ja, ich glaube, ich hole mal eine Farm aus. Gehst du long dann? Ja, ich spiele jetzt langsam. Ich molle jetzt erstmal einen Spot, damit ich nicht fast kann. Gehst du langer Gang? Ja. Okay. Unten. Oh mein Gott, was für ein verschissener Sack, ey. 17 in 1. Fuck. Ich war useless komplett. Der ist doch nicht wirklich T-Sided hier. Wir haben da vorhin voll dominiert. Ich habe gewusst, dass du nicht dieses Scheiß noch kommst. Der Time lag er hoch 10. Scheiß jemand dann. Fuck, ey. Eko, oder? Komm, lass doch mal einen Eko-Push machen. Wir klatschen die jetzt mit Ultra-Headshots. Ich gehe links und rechts, ja? Äh, ja. Aber wir gehen schon beide durchs Loch, ne? Ja, ja. Beide. Aber ich gehe links und dann die Kiste vorbei und rechts. Easy. Oh, ich bin schon wieder hängen geblieben, Mann. An was häng ich da? Oh, ich habe ihn nicht gesehen. Er war rechts in der Korne. Kriese. Das ist nicht mit der Entgegung. Nein! Ich habe ihm 16 in 1 gegeben. Ich dachte, ich hätte ihm jetzt noch einen Headshot gedrückt. Fuck, okay. Lass jetzt langsam spielen. Holla die Waldfee. 6, 6. Wir haben doch vorhin bei City, also im letzten Spiel, auf das 1, haben wir doch ultra dominiert. Ja, die sind jetzt viel besser drauf, die Kollegen. Ich gehe auf long. Pass auf, unten könnte einer, einer ist aufs Pause gleich. Ich glaube, auch zwei, das ist eine. Fisch mal ein bisschen laut, Zeit. Ja, da ist einer. Ja, chill, der hat die Bombe, nice. Was? Nein! Der hat 90, ich habe 90 gegeben. Oh mein Gott. Er hat 10 HP. Tot. Der müsste tot sein. Ja! Wie ist die? Soll ich mir ein Ding mitnehmen, ein AK? Ich weiß es nicht. Nee. Nee, ein M4 ist geil, ein M4 ist geil. Hast du Cash? Soll ich dir was legen? Soll ich dir eine Ump oder so was legen? Äh, läuft. Kann ich nicht holen. Schieee! Dafür Ump habe ich auch Geld. Alles cool. Ich gehe diesmal auf diesen ekligen Platz. Ja, zwei unten, zwei mit unten. Easy, Mann. Ah! Scheiße. Dein Rauch. Da. Ja! Alter! Easy weggepimmelt. Alter. Wir haben den Draw schon wieder drin, ne? Draw ist schon wieder drin. Oh Mann. Ich glaube, sie haben vorhin wegen den Ranks gefragt, weil sie uns niedermachen wollten oder weil sie uns gut zureden wollten? So von wegen, wow, ihr seid tatsächlich so gut, oder? Ich habe echt kein Kleber. Ich habe echt kein Kleber am Stadion. Pass auf, die machen. Ist das noch einer? Nein, Alter! GG! Ja! GG, noobs! Warte! Die haben uns doch voll im Noob-Team und was weiß ich was beleidigt. Echt? Alter, wir sind bald auf dem Ultra-Global. Wir sind bald auf Global hier. Wir sind bald auf dem Video.